Deine Fragen meiner Antworten. Sind süßstoffgesüßte Getränke schlimm? Hat alkoholfreies Bier weniger Kalorien? Und kann ich Gemüsesäfte trinken? Los geht's! Sind Light-Getränke schlimm? Diese Frage erreicht mich ziemlich häufig, deswegen hier ein kurzes Video-Statement dazu. Light-Getränke haben selbstverständlich dramatisch weniger Kalorien als die gezuckerte Variante. Also werden wir mit den Light-Getränken schon mal kein Kalorien-Plus schaffen. Dann kommt häufig die Aussage, dass Menschen, die Light-Getränke trinken, übergewichtig werden. Vorsicht, das Henne-Ei-Problem, was war zuerst da? Trinken übergewichtige Menschen Light-Getränke, weil sie gerne abnehmen wollen und eben hier Kalorien einsparen wollen? Oder werden Menschen übergewichtig, weil sie Light-Getränke trinken und dadurch anscheinend mehr Hunger bekommen und deswegen mehr essen? Das zweite bezieht sich auf den sogenannten cephalischen Insulinreflex. Das bedeutet, dass vermutet wird von einigen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, dass wenn wir Light-Getränke trinken, der süße Geschmack Insulinausschüttung zur Folge hat. Weil der Körper vermutet, oh jetzt kommt gleich Zucker, also jag ich vorsorglich schon mal Insulin raus, damit der ankommende Zucker versorgt wird. Wenn dem so wäre, da fange ich anders an, da macht doch mal einen Selbsttest. Wenn ihr Hunger habt, richtig ordentlich Hunger, der wird ja ausgelöst, getriggert durch einen niedrigen Blutzuckerspiegel. Wenn wir jetzt ein Light-Getränke trinken und es kommt kein zusätzlicher Zucker, aber der Körper würde anscheinend Insulin ausschütten, also dieser cephalische Insulinreflex, dann würde auf den schon niedrigen Blutzuckerspiegel das Insulin draufgekippt, was ihn ja noch mehr in den Keller runterdrücken würde. Wenn dem so wäre, würden wir so einen Hunger bekommen, dass wir alles ankauen oder beißen oder fressen würden, essen, was nicht schnell genug wegrennen kann oder zurückbeißt. Dem wird aber nicht so sein. Es gibt einige Menschen, die reagieren tatsächlich auf ein Light-Getränk mit mehr Hunger, aber dass der Körper eben einen massiven Unterzug entwickelt auf Light-Getränke, das ist wissenschaftlich ganz klar dementierbar. Häufig kommt noch das Argument, ja, aber in der Schweinemast wird ja Süßstoff auch eingesetzt, damit die Schweine schön Fett essen. Das ist richtig und zwar nicht überall. Also mein Cousin, der ist Bauer, den habe ich einmal angesprochen. Er verwendet sowas nicht, aber in der Schweinemast kann sowas durchaus stattfinden. Es wird als Futterhilfe, als Futtermittel dort eingesetzt. Warum? Wenn die Ferkel von der Mutterzitze weggenommen werden, dann werden sie aufs Kraftfutter umgestellt. Muttermilch, der Muttersau, schmeckt süß. Das Kraftfutter tendenziell eher nicht süß. Also schmeckt das Essen nicht so lecker, also essen die nicht so gerne. Also wird das Essen angereichert in der Übergangsphase durchaus mal mit Süßstoffen. Und damit schmeckt das Essen besser. Jetzt fressen die Schweine natürlich mehr, weil das Essen besser schmeckt. Und ein Schwein ist ihre Figur. Darf ich das hier sagen? Scheißegal. Und deswegen essen die mehr und werden deshalb fetter. Aber nicht, weil da Süßstoffe drin wären. Weil sonst könnte man auch theoretisch ja Zucker reingippen. Dann würden sie ja noch fetter werden. Es geht nur um die Übergangsphase von der süßen Muttermilch auf das nicht so süße Mastfutter in der Schweinemast. Und deswegen ist das auch ein Quatsch, wenn das immer wieder zitiert wird. Nein, ich bin kein Fan von Süßstoffen. Verwende sie aber selber auch in meinen Eiweißshakes aus einem ganz einfachen Grund. Sie sparen definitiv Kalorien ein. Richtig eingesetzt, in der richtigen Kombination sind sie völlig unbedenklich. Es gibt kaum so viel wissenschaftliche Evidenz in Sachen Zusatzstoffe wie beim Thema Süßstoffe. Und der große Vorteil ist, dass die Süßstoffe, die richtigen Süßstoffe, nicht nur ungefährlich sind, sondern eben auch in so extrem geringen Mengen verwendet werden können, dass eben da eine Gefahr absolut ausgeschlossen ist. Ich kenne die ganzen Hiobsbotschaften auch in Bezug auf Aspartam, was wir übrigens in unseren Produkten nicht verwenden. Aber selbst Aspartam, Achtung, liebe Verschwörungstheoretiker, Auren zuhalten, ist Bullshit, dass es so gefährlich sein sollte. Jetzt weiche ich ein bisschen ab. Also selbst Aspartam-gesüßte Süßstoffgetränke sind sicher, wenn man es nicht übertreibt. Ich bin felsenfest der Überzeugung, dass es allen gut tun würde, wenn wir uns generell ein bisschen mehr entsüßen würden. Also weniger süßlastig essen und vor allem trinken. Wasser ist das Mittel der Wahl. Das heißt anders. Ist das erste Mittel der Wahl, so heißt es richtig. Das sollte man auf alle Fälle ganz klar bevorzugt trinken. Aber wenn es eben mal eine Cola Light sein soll, bitteschön. Ich halte auch die Süßstoffe in der Cola für weniger bedenklich als der ganze andere Rotz, der eben da drin rumschwindet. Phosphorsäure zum Beispiel kann den Körper gerade im jugendlichen Alter ganz ordentlich einer Säurelast aussetzen. Und dadurch wird Calcium aus dem Knochen rausgelöst, was die Osterose eben im Alter deutlich forcieren kann. Also alle jugendlichen Mädchen, die sowieso generell tendenziell eher Probleme haben mit Knochendichte, sollten aufpassen mit phosphorhaltigen Getränken. Das ist eben so Klassiker wie Cola beispielsweise. Auch die Cola Light. Und jetzt habe ich ein bisschen umfangreicher gemacht. Ging nicht nur auf das Thema Süßstoffe ein. Aber je weniger, desto besser. Das sagt jemand, der früher mal ein absoluter Cola-Junkie war. Also ich habe literweise Cola mich reingebechert. Ich könnte es nicht mal mehr in den Mund nehmen. Flüssigkeit ist eine reine Gewohnheitssache. Ich kriege heute nichts anderes runter als Kaffee, Milchkaffee, Tee und Wasser. Und das ist praktisch auch mein Appell an euch, wenn ihr Light-Getränke trinkt, dass ihr einfach die Dosierung herunter reduziert. Also immer weniger Light-Getränke trinkt. Aber wenn tatsächlich, wenn ihr gerne solche Zuckergetränke trinkt, dann ist die Light-Variante tatsächlich immer noch die bessere Variante. Auch wenn es immer wieder ganz viel Mist erzählt, wird da draußen zum Thema Süßstoffe. So, das war Frage Nummer eins. Nummer zwei die Frage, das war zum Thema, kann ich Gemüsesäfte trinken? Ja, die Frage ist tatsächlich, ob du es kannst. Vielen schmeckt es einfach nicht. Und dann ist es eben für viele eine Mutprobe. Es gibt ja unterschiedliche Gemüsesäfte. Die gekauften Gemüsesäfte sind häufig Karottensäfte. Die haben verhältnismäßig, also wirklich verhältnismäßig, viel Zucker. Karottensäfte, es ist immer noch deutlich weniger als normale Fruchtsäfte oder Obstsäfte oder eben eine Cola. Also deswegen immer noch die bessere Variante. Aber wer Gemüsesäfte gerne möchte, natürlich machen die sich auch irgendwann in der Kalorienbilanz bemerkbar beziehungsweise liefern eben auch dann flüssigen Zucker. Aber es gibt auch hier große Unterschiede. Selbstgemachte Gemüsesäfte, ich glaube, viel besser kann man es gar nicht machen in Sachen Flüssigkeit. Die Säktiken auch relativ gut, wobei ich immer noch der Meinung bin, Obst und Gemüse sollte gekaut und nicht getrunken werden. Aber wenn man sowas ganz gerne mag, dann kann man sowas auch gerne mal zwischendurch machen. Okay, die dritte Frage, da ging es um das Thema, hat alkoholfreies Bier weniger Kalorien als normales Bier? Ja, und zwar ungefähr die Hälfte. Und damit kann man schon mal ganz ordentlich Kalorien einsparen, wenn man eben tatsächlich das kastrierte Bier sich angewöhnt. Also kastrierte Bier ist bei mir das alkoholfreie Bier. Und letztendlich vom Geschmack her hat sich da einiges getan. Das schmeckt also tatsächlich gut, wenn man eben diesen Benebelungseffekt vom Alkohol braucht. Dann hat man, glaube ich, ein anderes Problem als nur ein Figurproblem. Dann ist man schon im Bereich der Sucht unterwegs. Und das kann und will ich auch nicht schönreden. Und eine alkoholfreie Variante liefert immer noch flüssige Kalorien. Das darf man bitte dabei nicht vergessen, auch wenn es deutlich weniger ist, auch wenn es deutlich besser ist als die alkoholisierte Variante. Und gerade wenn es um das Feierabendbier geht, dann hat man hier einen doppelten Effekt. Man nimmt auf die Nacht weniger Kalorien zu sich. Punkt eins. Punkt zwei ist, dass der Alkohol die Fettverbrennung deutlich ausbremst. Es gibt eine Art Brennstoffreihenfolge in unserem Organismus. Kohlenhydrate brennen wie Papier. Fette langsam wie Briketts. Und Alkohol brennt wie Kerosin. Jetzt ist klar, wenn der Körper den super, super Brennstoff bekommt, den Alkohol, dann wird er immer bevorzugt verbrannt, um die Körperwärme zu produzieren, Bewegungsenergie zu produzieren, Gehirnleistung zu produzieren, Organleistungsfähigkeit aufzuhalten. Und nachts, wenn die längste Fettverbrennungsphase ist, also vorausgesetzt, wir stehen nachts nicht auf, um zu gucken, ob im Kühlschrank auch wirklich das Licht aus ist, dann haben wir eben keine Energie zuvor. Also muss der Körper auf die gespeicherte, auf die vorher zugeführte Energie zurückgreifen. Und wenn die Kohlenutratsprecher abends relativ leer sind und kein Alkohol getrunken worden ist, dann ist der Körper gezwungen, in seinen Fettstoffwechsel einzugreifen. Das heißt, er lernt wieder, Fettstoffwechsel zu haben. Und deswegen ist vor allem die zweite Nachthälfte, haben wir einen sehr hohen Anteil an Fettmobilisation für die Energiegewinnung in der Nacht. Auch nachts brauchen wir unsere knapp 37 Grad Körpertemperatur. Wenn wir aber vor dieser längsten Fastenphase, vor der Nacht, Alkohol trinken, und viele tun das ja abends zum Entspannen, das gemütliche Feierabendbierchen, dann blockieren wir die nächtliche Fettverbrennung deutlich. Bitte, ich möchte niemanden motivieren, morgens zu saufen. Okay? Also Alkohol am Arbeitsplatz schafft zu manchen wirren Satz. Nur, man sollte auf der Festplatte haben, wenn man abnehmen möchte und jeden abends 2, 3, 4 Bierchen trinkt, dann wird jetzt die Fettverbrennung dramatisch herunter reduziert. Ich habe schon ganz häufig Feedback aus der Community bekommen, dass vor allem Männer, die abends immer gerne so 2, 3 Bierchen getrunken haben, dass sie das eingestellt haben oder reduziert haben oder auf alkoholfreies Bier umgeschwenkt haben, dass die wahnsinnig schnell und viel Kilogramm abgenommen haben. Die waren völlig perplex, dass das so viel ausmacht. Deswegen ist auch mein Tipp, wenn man eben figurtechnisch sich ein bisschen verbessern möchte, wenn man abends gerne sein Bierchen trinkt, dass man tatsächlich mal die alkoholfreie, also die kastrierte Variante versucht und ansonsten auch mal mit den Kollegen vielleicht mit einem alkoholfreien Bier anstoßt. Okay? So, ich denke mal, das reicht heute. Drei Fragen, meine Antworten dazu. Schreib doch bitte mal in die Kommentare, wenn du eine Frage an mich hast oder welche Erfahrung du mit alkoholfreiem Bier gemacht hast oder auch mit süßstoffgesüßten Getränken. Ist ja auch ein spannendes Thema. Trinkst du vielleicht auch selber Gemüsesäfte und mich würde sehr freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und wenn du diesen Kanal auch abonnierst, damit du zukünftig kein weiteres Video mehr verpasst. In diesem Sinne, bleib gesund, genau, aber mach auch was dafür. Bis dann, tschüss.